herzlich willkommen zu einem neuen projekt kann man das so sagen ich weiß nicht und zwar ich weiß nicht weil ich weiß nicht ob man dazu neuen projekt sagt keine ahnung okay mach mal einen haken da weg auch fertig was soll denn das und startet der gleich fertig wo 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 ist fertig die papier grün ich geh zurück wenn das geht ja wohl genauso mal nicht dass das war das noch ein bisschen erzählen vorher also strange brigade von den machen von sniper elite aber schon von 2018 etwas älter das spiel aber weil uns jetzt sniper elite so abgeholt hat und so genial aussieht haben wir gedacht wir gucken uns das hier auch mal an haben schon mal so ein geschnüffelt ein bisschen ja ich muss aber trotzdem dabei sagen es ist folgendermaßen also erwartet nicht den absoluten grafik knaller ist von 2018 ja aber es wird dann nicht erwarten es sieht schön aus ja könnte aber trotzdem nicht erwarten also jetzt nicht so also wir haben schon ein bisschen was gemacht hier ich war mal hat wo kann ich das noch mal sehen da oben kampagne wir haben das mal angespielt und dann seht ihr schon hier unten dass wir schon was gemacht haben also wir haben aber angezockt wir sind da oben immer noch bei der ersten genau wir haben eine maske gefunden wir haben einen skaraboo 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 oder wie die frau über heißen mag und einen brief haben wir genau und so eine komische katze aufrufen ach ja die katze haben wir umgefunden genau ja ich habe keine ahnung wirklich also ich weiß man ja man kann das spielen ja ja auch im tagebuch offen ihr seht wir haben an die sonne wo das raar haben wir gefunden ja genau und ein brief haben wir könnt aber leben lesen unterwegs genau von der brownridge oder anbranche von der lady webster noch keine antwort auf nachrichten benötige unverzüglich antwort bestätige das haben unschädig gemacht ist bestätige das situation unter kontrolle bestätige das grab noch ungeöffnet bestätigen dass es dir gut geht sei stark veronika helfe ist unterwegs ja so sieht es aus wir haben 78 briefe das wird hier schon ganz schön voll werden also 78 briefe in dem level ach so ja da habe ich noch gar nicht nach genau die briefe genau guckt mal hier unten da einhaber gefunden von 78 ich hoffe es ist aber auch so wovon wir gemerkt haben wenn da irgendwo lud ist bekommt es aber auch nur einer das heißt also wenn die rock lady was findet dann bekomme ich das nicht und wenn ich was finde bekommt sie das nicht das heißt wir müssen gucken dass wir dort irgendwie der einzige ach wie es weiß ja was wir starten einfach und gucken einfach das strange brigade on their way to devil knows where at the start of yet another thrilling yarn von der dritte desig nessasقت du egypt Vayne ne restet für die wicke evil never rests so no can we just as long as it goes better than that mess of patagonia patagonia a how in oh yeah Hier ist Ihr Liebescheid. Danke, Gracie. Ja, Egypt wieder, Professor De Quincey. Und das ist warum. Egypt, land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Brownrige, einige von euch probably owe ihr Leben zu der valuable, undercover Arbeit sie macht für die Department. Veronica, ein Invaluable contributor zu der Brigade's efforts. Her letzte assignment war zu joinen der Dig Expedition von Sir Edgar Harbin, ein Wealthy Amateur-Egyptologist. Searching for the legendary tomb of Sir Tecky. Sir Tecky? A black-hearted fiend. Yes. The infamous witch queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownrige's task was to ensure it remains so, but her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since and must now fear the worst. Oh dear, oh dear. Prepare yourselves, Brigade. Secure the dig site and find the tomb. If Harbin has indeed opened it and freed the thing imprisoned inside. Then who knows what horrors you will soon be facing. A plucky Brigade-Agent missing and some damn fool possibly setting free in ancient evil. Time to call on the services of the strange brigade. Schreib mal bitte in den Kommentaren, ob wir das mit dem Untertitel so lassen sollen oder ob wir dann ausschalten sollen. Mm-hmm. Ho-ho! What thrilling tales and awe-inspiring adventures await our heroes today! Tally-ho, Brigade! There's work here to be done. Wo sind sie denn? Ich bin neben ihnen. So, wir sind da. Ach da. Da ist der Hoxner. Äh, gibt's hier einen Fotomodus? Oh, ja, den gibt es, glaube ich. Wo war das denn? Wissen sie das noch? Können sie mal eben kurz nachgucken? Ja, wenn sie Escape drücken. Wie, Escape? Und dann? Fotomodus. Jo. Oh Gott. Ja, dann mach ich doch mal. Da muss ich doch... Oh, hier, ey. Das muss ich doch nicht werden, ey. Es ist auch so ein Running Gag hier von uns mit dem Fotomodus. Er macht immer mal den Fotomodus auf. Muss das auch immer natürlich erwähnen. Aber es sieht schön aus. Also, wenn ihr mal seht hier mit dem Wasserfell. Bleibt doch mal stehen! Ach, und das ist auch ein Vogel, ey. Da will sie wieder abhauen, ey. Trete feine mit F... Kommt sie doch mal zurück. Da drehen sie sich mal um. Bleiben sie mal stehen hier. Sollen das schon wieder. Und einmal für die... Also, mehr will ich doch gar nicht. Oh, wie mache ich das denn wieder an? So, wir haben jetzt hier so ein Gewehrchen. Und wir haben ein Pistülchen. Und wir haben eine komische Granate, denke ich meistens. Ja, äh... Er sieht gut aus. Aber wie gesagt, wir haben es angespielt. Kann ich hier auch runter. Und da unten schwimmt ein Krokophant. Echt? Ach, da hinten ja eine Schlange war das. Was ist eine Schlange? Wo ist die denn? Da, da, da seht ihr die da. Da hinten, da hinten. So, zu Tore jetzt mit Rücktaste kannst du einen Trank für deine Teamkameraden fallen lassen. Ich kann aber auch, kann aber auch so machen, ne? Bleib mal stehen. Au! Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ein F. Ah, hast du das. So, knarren Sie... Moment, was habe ich denn jetzt da? Habe ich mal eine Pistolette in der Hand? Ja, sieben Schuss unendlich. So, wir gehen mal so lang. Kann man auch gehen? Ich glaube, ja. Warten Sie mal. Oh nein, ich habe gerade hatgeschmissen. Äh. Warum geht's? Sag ich doch. Kannst du das abbrechen? Wie kann man den gehen? Ja, ich weiß es auch. Mit einem Trank kannst du einem Sarg entkommen. Ah. So kann man gehen. Wie kann man? Indem man die Alltaste gedrückt hält. So, wir haben hier eine Pistolette. Ja, Pistolette. Dann habe ich ein Gewehr. Dann habe ich ja noch. Und die Pistolette. Dann wollen wir uns mal umgucken, ne? Das sieht schon irgendwie geil aus, ne? Ja, da unten ist die Schlange. Die Schlange? Da unten, da seht ihr die? Da, 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 da. Äh, die Brücke knatscht der Hoxen. Lassen Sie uns mal schnell abrufen. Ja, das liegt daran, weil es ist so schwer. Oh, guck mal. Oh, die beiden Vogels. Ja. Schieß auf mich steht da. Wo? Ich schieß mal. Ich schieß mal. Warte, warte, warte. Ich sehe das noch nicht. Wo steht schieß auf mich? Bei mir steht schieß auf mich. Echt? Ja. Ah. So, es ist well played. Ein Glückstreffer, Hoxen. Ein Glückstreffer. Von wegen. Alles gekonnt. Pst. Also, naja, wir haben es ja schon mal gemacht, ne? Ein Abenteuer beginnt. Ja, ma. So, da ist die Brücke. Da gehen wir jetzt über die Brücke. Liegt, liegt hier was? Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Wir gucken uns mal um. Na, wir hatten, glaube ich, hier schon was gefunden, ne? Aber dann war ich hier nicht Geld. Ah. Ja, wenn sie das nehmen, kann ich das nicht nehmen. Das ist wohl richtig. Aber sie wollten das ja nicht. Kann ich das kaputt machen da? Warte mal. Was ist denn hier mit den... Jo, kann man auch kaputt schießen. Cool. Ui, war all den Springer, ey, mal. Guck mal. Da stauntst du, ne? Was machst du denn? Ja, wie, was machst du denn? Hui, geil. Oh. Oh, oh. Was soll das denn jetzt? Wer war das? Das war ein Pfeil. Das war ein Speer. Das war kein Pfeil. Ein Bridge out, hat er gesagt. Erreiche Harbins Außenposten. Oh, warte mal, hier nicht ganz viel Geld. Uh, egal. Ja, bei dir, aber bei mir nicht. Ah, ich hab's mal eingesackt. Ja, ja, die brauchen wir auch nicht. Schon 45 Dinges. Nachladen mit R, natürlich. Na gut, dann geh ich jetzt mal hier lang, ne? Jawohl, dann gehen wir mal hier lang. Da ist auch ein Schild. Sehen Sie das? Ja, da ist ein Pfeil. Pfeil Wasser. Pfeil Wasser. Also, wie gesagt, wir haben das schon mal angespielt, um zu gucken, wie ist das? Wie ist das? Magische Miezen, ja, die könnte... Ach, doch, da unten ist eine. Hier ist eine. Einer eingesammelt. Ja. Hast du auch eine gekriegt, ne? Ja. Das ist gleich. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, ich bin auch doof. Sorry, ich hab auf die Windows-Taste gedrückt. Ja. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich. Ja, weil... Du kannst deine Waffen verbessern, indem du ihn an der Werkbank... Ja, auch. Und du kannst hier, diese Dinger hier... Ja, da sind auch Secrets hinter. Ja, das stimmt allerdings. Versuch mal. So, warte mal. Da muss man drauf schießen. Warum schießt ich eigentlich immer? Ah. Da sehen Sie. Und da kann man dann reingehen und dann kann man diese Truhen öffnen. Mit Kuh. Die sie dann bekommen, genau. Oder ich bekomme die, ich weiß nicht. Ah, Geld. 1000. Oh, danke. Wieso nimmst du mir die Kohle weg? Ja, lustiges Let's Play-Man. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts gekriegt. Ja, ich weiß. Sie sind Gentleman, ne? Ladies first. Dankeschön. Aber das sieht man wieder, ne? Oh. Das hat sie ja... Das hat sie ja früher schon bei Dings gemacht. Bei anderen Spielen. Das hat sie ja früher schon bei mir steht da. Ja, mach. Ich kann so nennen. Äh, wie war das nochmal? Bam. Also dieses Gelaber von dem Typen geht mir auch tierisch auf den Keks. Wieso? Ich find das lustig. Ja. Er macht das sehr unterhaltsam, ne? Sie finden das lustig? Ja, wir müssen immer hier alles absuchen, falls irgendwo ein Adler... Äh, ich meine, eine Katze ist. Adler vor allem. Oh, was hängt denn hier? Ihre Familie oder was? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, es sind Talismane oder so. Talismane? Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Da sind Kisten zum Zoll. Oh nein. Oh nein. Necromancy. Was hat Richtig. Hocus Pocus Summons, die ist... Hocus Pocus. Oh nein. Oh nein. Na gut, dann wo wir die mal? Auf die Kisten schießen. Okay, hier sind keine Kisten. Wenn sie irgendwelche Kisten zum Schießen finden, dann drauf schießen. Nur, wir müssen auch mal uns entscheiden, wer auf wen schießt, ne? Einfach schießen, oder? Weil das macht nämlich sonst keinen Sinn hier. Ich sammle mal ein bisschen was ein. Munition und... Oh, das Geld. Ich hab jetzt mal 20 Stück gekriegt. Du hast bestimmt schon über 1000 oder so. Ja, habe. Da kommen wieder welche. Oh, ist noch Muni. Nimm die Muni hier mit. So, warten Sie. Nimm noch die Muni hier mit. Warte, gehen Sie. Warte, gehen Sie zurück. Hehe. Bäm, bäm. Die Muni? Wo ist denn die Muni? Ja, jedes Mal bei den blauen Dingern, die ich hier war. Aber wenn du keine... Keine Dienst hast, kannst du es auch nicht mitnehmen. Oh, ich hab wieder Geld gekriegt. Ja, sie sammeln gerade alles ein, genau. Genau. Das haben sie bestimmt auch schon über 1000, ne? Nein, 55, irgendwie. Okay. So, warten Sie mal. Auch die ganzen Tonnen? Nein, da wollen wir doch nicht alles schießen, oder? Das ist ja nur, wenn einer kommt, ne? Ach so. So, du kannst eine Waffe verbessern wie eine Werkbank Edelsteine. Ja, du hast ja keine. So, warten Sie mal, hier sind aber auch... Oh. Äh. Danke. Ja, gerne. Wollen Sie den jetzt wach gemacht? Ja, ich hab vier Munition gekriegt. Wann sind wir hier noch? Nee, kann ich nicht. Nur die könnte ich, aber den geht dann hoch. Oh, was ist das denn hier? Oh, ein... Ah, ah, ah. Ein Gesundheitstrang. I'm rolling. Wir haben hier eine... Ja, ich lade auch mal nach. Wir haben hier... Ein Lager. Ein Lager. Ein Lager, ja. Ein Lager. Ein Lager. Vielleicht hier, was wir sehen. Drücke E, um das Amulett zu benutzen. Warum soll ich das machen? Ich hab ne Katze gehört. Ja, ich war auch ne Katze. Wo ist die? Eh, ne Katze. Da oben ist die Katze. Jetzt schieß ich auf die Katze. Ja, dann mach. Good shot. Ist die zweite? Ja. Geh nicht Geld? Jawoll, eingesammelt. Ja, nehm mal mit. Hier ist ne Kiste. Hier sind, äh... Machen sie da. Hier sind auch, äh, Dinger. Warten sie mal. Oh, ganz viel Geld. Oh! Wollen sie die zweite mal erschießen? Äh, erschießen. Wen soll ich mir erschießen? Die zweite Tonne. Vielleicht kommt da auch Geld. Ich ne Tonne denn? Ja, hier links von ihnen. Da sind doch Tonnen. Haben sie auch Geld? Nö. Dann versuche ich ne dritte. Da liegt Geld. Ah! Hol ich mir. Toll, da waren wir nicht allzu viel, ne? Das kann ja lustig werden, wenn man hier mal das Geld klaut. Ehrlich Geld. Zack. Hehehe. Eingesammelt. Ja, aber so hat die auch schon bei Dienst gespielt, glaube ich. Ey, nice. Kommt der jetzt. So hat die auch schon... Was hat das denn jetzt? Ich war das. Warum schießt du auf mich? Ich hab nicht auf dich gestossen. Ich hab's auf die Weinpulle getroffen. Aaaah! Machen sie langsam, nicht so schnell. Ach guck mal, jetzt ist er schon wieder am Vorlooten hier. Ich will auch Geld. Hallo? Hä? Hä? Was ist das? Wir lesen mal. Wir haben was bekommen. Ich weiß nicht. Haben wir was bekommen? Äh, da war grad Kuh. Soll ich lesen. Das ist doch irgendwie im Inventar. Oder jemand gekriegt. Ja, sie. Ich nicht, oder? Äh, doch. Sie müssen auch gekriegt haben. Oder Journal. Nee. Journal? Tagebuch. Irgendwas müssen wir gekriegt haben. Wir schauen mal. Nö. Ich hab nix gekriegt. Doch, wir haben was gekriegt. Briefe? Da! Quincy Tonne. Bei Briefe. Ich nicht. Toll. Hat er gekriegt. Hehehehe. Das verstehe ich aber auch nicht. Aber guck mal, hier ist man. Hier müssen wir rein. Ja, sagt er ja gerade. Ein Schein. Ja, sagt er ja gerade. Ein Schein. Schatz hinter Eisenstangen. Drücke Maus 1, um Seelen zu befreien. Ah. Ganz ruhig. Bleiben Sie ruhig. Ja, bleiben Sie aber auch ruhig, ne? Ich kann nicht. Hallo? Seelen befreien hier. Ja, ausgerechnet Sie. Hm. Komm. Na ja, gut. Aber kommen wir nicht rein, ne? Nö. So kommen wir auch nicht rein. Mit einem Tank kannst du einen Sarg entkommen. Ja, super. Wir gehen mal weiter. Oh. Oder ohne. Da oben weht der Union Jack. Äh, ja. Hier weht einiges. Oh, ein Skarabirus. Da können wir was untersuchen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Nein, ich möchte das jetzt nicht. Was soll denn da schon wieder? So, da hinten sind. Hä? Oh. Hä? Ah, hier kannst du deine Waffe verbessern. Warten Sie mal. Ich guck erst mal, was hier am Loot liegt. Ah! Wo kommt der denn her? Alter. Hau ab. Was machen Sie denn da? Weg hier. Weg hier. Das ist aber hartnäglich. Wenn du den auch mal treffen würdest, ne? Ich hab getroffen, aber der, 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 der hat ganz viel Energy. Oh, Geld. Hm. Wer hat immer nie. Aua. Aber was ist denn hier los? Sind Sie da? Komisch. Wieso kriegt die immer Geld? Das verstehe ich nicht. Oh. Was machen Sie denn da? Hören Sie auf. Sie sind ein Zerstörungsfetischist hier. Hören Sie auf. Was? Hören Sie hier oben ist ne Werkzeugkiste, äh ne Kiste. Da können Sie... Hier, ich lass sie auch mal was holen. Hier ist ein Ding. Ist da ein Gesundheitstrang. Warten Sie warten. Warten Sie warten. Können Sie sich holen da auf dem Schreibtisch. Hier ist ne Kiste. Da können wir was öffnen. Den nimm ich mal. Gehen Sie mal auf den, auf den Dings da gucken. Geh schon mal hier an eine Kiste hier. So, upgraden kann ich nix. Hier ist Munion. Ich kann nix upgraden. Also lassen wir das. Munion wär gut. Das heißt Munition. Munition voll, sagt er. So, dann geh ich jetzt mal hier an die Kiste. Äh, bringt die noch nix oder so. Können sie auch nix machen. Nice little brick. Oh, was haben wir denn noch für Gewehr? Wo haben wir denn die Map? Wo wird denn die Map angezeigt? Das Gewehr können wir zum Beispiel upgraden. Da bräuchten wir aber... Kannst du nicht upgraden. Wie willst du das denn upgraden? Schnellfeuer Edelstein. Gar nix kann nicht. Schicksal für deine Hand. Du feuerst und lädst schneller nach. Ja, wahrscheinlich weil du wieder alles eingesammelt hast. Wahrscheinlich. Das mach ich mal. Deswegen kannst du upgraden. Wir machen mal den Fotomodus. Habe ich jetzt mal installiert. So, was kann man denn noch hier machen? Warte mal, ich bin mal gerade am Fotomodus. Pistole könnten wir auch. Oh, die ist viel besser. Aber ich möchte gerne... Ach so, drehen kann man auch. Leider haben wir keine Edelsteine mehr, die wir einsammeln können. Okay. Wir haben natürlich hier bei... Wir haben einmal... Das ist Molly. Wir haben auch noch eine schuliere Granate. Dynamit haben wir auch. Eine Schockgranate, eine Streugranate. Ich werfe Dynamit. Ich rüste mal Dynamit aus. Mach mal ein Bild. Oder eine normale Granate. Ich hab ein Bild gemacht. Sonst lässt der Schaden natürlich weniger. Was machst du für eine Granate? Ach nix. Für die Renate, die Granate. Verstehen Sie? Ja, so. So, dann gehen wir mal weiter. Ähm. Oder gehen wir noch nicht weiter und machen das in der nächsten Folge. Ja, ich weiß nicht. Wir bleiben mal ein bisschen hier. Wir bleiben mal ein bisschen hier. Wir gucken mal ein bisschen. Okay. Ähm. Da ist was. Ja, da leuchtet was. Warte mal hier. Amulett zu benutzen. Warten Sie mal, hier sind... Warten Sie mal, hier sind Kisten. Oh. Geld. Ey. Mann. Ich... Ich... Ich schieß das voll. Ja, unfassbar hier. Dieser... Geld. Aber was ist das denn jetzt hier? So... Da, Ihr Freund. Den dürfen Sie jetzt. Du weißt ja, wenn ich... Wenn ich den abknalle, dann kassier ich die Kohle. Ne, das liegt ja da noch, das Geld. Guck mal. Rock Lady hat ein Rätsel entdeckt. So, das sammle ich jetzt ein hier, das Geld. Herder. Ja, egal. Ha. Aber habe ich auch gekriegt. 150 habe ich jetzt. Wann haben wir denn hier noch? So, Sie haben Rätsel entdeckt. Ja. Wollen Sie das jetzt schon machen? Das Rätsel? Ne, wir gucken uns erstmal um, haben wir gesagt. Um, um, um. Da steht noch jemand. Wo? Da hinten. Guck mal, jetzt werden sie alle wach hier. Oh, toll. Warte mal. Boah, die kommen jetzt alle. Oh. Oh, was machen Sie da? Oh, hier kommt jemand hochgestiegen. Oh, ich habe sie, glaube ich, alle geweckt. Ja, super. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn alle her? Warte, ich zerteile die mal eben. Hä? Alle? Aber nicht. Brutal. Ich habe sechs, sechs Leute zerhackt. Na super. Jetzt wissen wir auch noch Trophäen dafür, wa? Sind sie doof, haha. So, ich glaube wir können wir einsammeln, Leute. Ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hahaha. Hat sie rennen? Oh. Oh, da war jetzt noch jemand. Moin. Ne, weiter möchte ich gar nicht rauf gehen. Was möchte ich gar nicht? Oh, ich habe mir da ein bisschen Geld gekriegt. Wie viel haben sie denn jetzt? 1.500. So viel? So viel? Wie? Ich habe gerade mal 335. Ich glaube, ich gehe mal im Wasser hier. Hä? 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 Äh. 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 Ich glaube, du hast jemand wach gemacht. Komm, wir lassen die jetzt zu dem Ding kommen. Kommen sie zurück. Oh, der ist aber sauer. Kommen sie zurück. Und dann aktiviere ich das Ding hier gleich. Waren sie? Dann kriege ich nämlich auch ein bisschen was. Hallo, mein Mann. Ist doch nur einer. Ne, es sind zwei, drei, vier, fünf. Oh, ein bisschen wenig. Mission auffüllen. Ah, kommen sie alle. Ah, dann kommen wir hier oben rauf. Dann gucken wir uns das mal an hier. Ja, du musst warten. Hallo. Schwirbel. Bam, bam, bam. Brutal. Fünf Feinde zerhackt. Alle weggehackt. Ja. Ich sammle mal das. Äh. Boah, da drin kann jetzt hier. Also es ist ein ziemlicher Action-Shooter. Ja, ja. Weil heißt Action-Shooter. Dann ist halt hier so ein, so ein Spiel, so ein Gehacke halt. So. Und renn zu oben und machst die alle weg hier. Mehr machst du eigentlich gar nicht. Und sammels Geld ein jede Menge. Ching. Und Munition sammelt sie ein. Ching, Ching, Ching. Ach ja, das ist dieses komische. Ach, der Renngeld. Ja. Könnte ich mir was entgehen. Und Geld haben. Geld. Wir haben vorhin da oben gestanden, Leute. Wisst ihr noch? Da liegt Geld. Das kommt davon, wenn man so neugierig ist. So, ich habe einen neuen Brief bekommen. Oh, ich habe eine Truhe. Oh nein, ich habe wieder hier, ey. Oh, der ganze Geld eingesackt. Jetzt habe ich 1400. Aber das bringt ja nichts. Das kommt uns ja beiden zugute vielleicht. Oder auch nicht. Ähm. Wo ist denn die Schlanka? Ähm. Was so? Oh. Wir freuen. Ich glaube, der hat sich, äh, der hat sich wieder hingelegt. Ähm. Ja. Äh. Ja. Ja. Äh. Ich mache noch ein schönes Foto von uns hier. Von dem Wasserfall. Da oben ist auch irgendwas. Da müssen wir auch was machen. Aber warten Sie. Ich mache noch ihm ein schönes Foto. Ja. Da müssen wir auch irgendwas machen. Das werdet ihr aber dann... Vor dem Waterfall. Ja. Das werde ich dann in der nächsten Folge sehen. Moment. Und einmal. Zack. Warum haben Sie denn auch Dynamit? Ich dachte, Sie hatten diese komischen Monotops. Das ist normal, dass ich dort habe. Ach so. Ja, ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Äh, bei Strange Brigade. Genau. Strange Brigade. Genau. In der Deluxe Edition. So sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss. Übrigens. Hä? Ich weiß gar nicht, kann ich das sagen? Ja. Bei Steam im Angebot derzeit. Aber... Das ist ein anderes Thema. Okay. Anders Thema. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.